Hallöchen ihr Lieben! Lange nicht gesehen wahrscheinlich, ja wahrscheinlich. Wann bekam das jetzt ein Video online? Weißt du es noch? Vor zwei Wochen. Sorry, ich glaube das ist in der ganzen YouTube Karriere seitdem ich YouTube mache, seit 2015, gab es das glaube ich nie. Oder doch, 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 als ich mit Luisa schwanger war, wo ich Hyper MSI hatte. Aber egal, ich schweife ab. Also hallo ihr Lieben, es tut mir leid, dass es so lange kein Video mehr gab. Es ist einfach bei uns momentan echt viel um die Ohren. Der Papa ist auch da. Zieh ihn mal kurz rein. Hallöchen! Der Papa ist jetzt gerade am... Schneide, schneide Nägel. Schneide meine Nägel ab. Der Papa bereitet gerade ein Zoom-Meeting vor für das rumänische Chogun-Team. Das ist schon das Stichwort. Wir haben aktuell viel um die Ohren mit Chogun. Das Team wächst sehr, sehr rasant. Und da ist halt viel Vorbereitungszeit, die da reinfließt in Preislisten, Online-Shop, Adventskalender. Oh mein Gott, Adventskalender. Muss ich euch auch unbedingt zeigen. Aber zeige ich euch gerne im nächsten Video. Es ist so, dass wir einen Chogun-Adventskalender designt haben. Das ist quasi der erste Adventskalender, den es überhaupt bei Chogun gibt. Und das war viel Vorbereitungszeit. Designen, promoten, viele Coachings habe ich das gemacht. Und wenn ihr auch einen haben wollt, es gibt vier verschiedene. Wir haben einen mit Make-up, einen mit... Parfüms? Nein, Duft. Der Duft. Also Duft und Make-up. Das sind die zwei teuersten, glaube ich, oder? Genau. Make-up, das sind 24 Vollgrößenprodukte drin. Also keine Proben oder so, wie es bei anderen gehen. Bei uns wirklich halt... Schaut auf jeden Fall im Shop. Ich werde euch den unten ins Kalender verlinken. Dann haben wir einen mit Duft, bedeutet Raumspray, aber auch Parfums und ja, viele verschiedene Pröbchen aber auch. Und dann gibt es noch einen Mixt, der ist nicht zu teuer. Das sind verschiedene Produkte drinnen, von Shampoo, Pflege, aber auch Parfum, auch von Putzmittel. Also der ist wirklich super toll gemixt. Und dann gibt es noch einen Parfum, aber da ist ein 35ml Parfum drinnen. Das ist so groß. Und dann ein mittelgrößeres, 20ml. Und ein Pröbchen. Das ist der günstigste, der ist wie, wie sagt man, wie warme Semmeln weggegangen. Da gibt es natürlich noch ein paar, also schaut gerne vorbei. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Ich werde ihn euch aber auch zeigen, am Montag jetzt nicht, aber genau, am Freitag kann ich es dann zeigen. Am Freitag kann man es zeigen. Ja, am Freitag kann ich es euch zeigen. Oder vielleicht machen wir das vor dem Video. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall nur ein kleines Update-Video, damit ihr euch auskennt. Und uns geht es gut. Wir stecken im Hals voller Arbeit. Es ist halt so eine Phase, auch November, Dezember, vor Weihnachten. Ist halt auch immer so zu tun. Ich weiß, wir haben YouTube ein bisschen vernachlässigt aus Zeitgründen. Wir werden uns aber bemühen, dass jetzt wieder zumindest einmal die Woche ein Video kommt. Ich weiß, wir hatten früher zweimal die Woche, immer montags und freitags. Aber das ist leider zeitlich gar nicht drin. Wir versuchen aber trotzdem einmal die Woche mindestens ein Video abzuloten, immer freitags, oder? Das ist, glaube ich, ein guter Tag. Ich glaube, es ist ein guter Tag am Freitag. Dann ist die Woche auch vorbei. Dann könnt ihr euch entspannt ein Video von uns anschauen. Und ja. Gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ein kleines Update-Video. Verzeiht uns bitte. Es ist auf jeden Fall, ja. Scressy. Und ja. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann wisst ihr Bescheid. Habt ihr damit in die Kommentare. Und sonst werde ich ein hübsches Video für euch. Vielleicht vlogge ich dann wieder und zeige euch ein bisschen in meinen Kalender. Und schauen wir mal, was ich dann so für euch geplant habe für das nächste Video. Seid gespannt. Tschüss. 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 Tschüss.